Moin Moin ihr Matrosen hier ist wieder der Klappautermann. Ja und wir schauen wie es weitergeht mit unseren Zivilisten im Krieg. Wir haben eine ruhige Nacht hinter uns. Der Pawel war plündern und hat einiges an Material zum Bauen mitgebracht und Bruno half unserer Nachbarin dabei ihr Haus mit Brettern zuzunageln und ist wohl behalten zurück. Das klingt doch alles sehr gut. So, hier stellen wir Wasser her. Dann können wir hier runtergehen. Ups, weiter spielen. Können wir hier runtergehen. Wo sind denn die anderen? Ja, wir haben letztes Mal gemerkt, dass wir eigentlich noch etwas brauchen. Der Krono könnte sich mal in der Küche nützlich machen. Da fehlt es an Feuerholz. Er ist hungrig und zufrieden. Er ist hungrig und müde. Und alle haben Hunger. Wir haben aber nur Zutaten für zweimal Essen. Ja, das sind jetzt so diese netten moralischen Entscheidungen in diesem Spiel. So, wem gebe ich was zu essen. Wenn jetzt nur ein Kind dabei wäre, das wäre richtig heftig. So, er ist müde und hungrig und kann einmal schlafen gehen. Der darf auch schlafen gehen, um sich auch was zu essen. Und kann dann mal schauen, ob wir mit den vielen schönen Teilen hier irgendwas aufrüsten können. Aber ich glaube fast, da habe ich schon wieder zu viel für ausgegeben. Da fehlen uns noch ein paar Teile. Dann könnte ich die Werkbank verbessern. Hier ist wahrscheinlich genau das gleiche Spiel. Und da fehlen uns noch mehr Teile. Dann wäre die Frage... Schade, ich kann keinen Ofen bauen. Da fehlen Teile für. Noch eine Werkbank macht glaube ich nicht so viel Sinn. Den Herd haben wir schon. Ein Bett brauche ich nicht. Dann mache ich mal noch zwei Filter. Und sie ist gut drauf. Kein schlechter Tag, sagt sie ständig. Ja, die sind alle zufrieden und glücklich, dass sie der Nachbarin helfen konnten. So, jetzt kann sie hier den Wasserfilter auswechseln. Was haben wir denn? Wir haben eine Brechstange und ein bisschen Medikamente. Wir können wahrscheinlich noch ein bisschen... Hier 20 Wasser, 24 Zucker, noch ein bisschen Schnaps herstellen. Wir können eigentlich in der nächsten Runde dann so eine Handelgeschichte machen. Wir können hier die Diamanten weggeben, den Schnaps weggeben. Vielleicht ein, zwei Bücher weggeben. Die Kräuter weggeben. Und kriegen dafür dann hoffentlich für alle was zu essen. Oh und hier unten sehe ich es aus irgendeinem Grund habe ich die Herstellung von den Filtern abgebrochen. Dann setze ich die doch mal fort. Dann können wir ihre Biografie mal anschauen. Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Allerdings habe ich im Ausland studiert und war später Journalistin. Ich habe ein... Ich bin jahrelang weg gewesen. Als aus den Wirren ein Krieg entstand, wurde ich ausgewählt, um darüber zu berichten. Ich hätte mich sowieso freiwillig gemeldet, denn ich wollte unbedingt nach meinen Eltern sehen. Aber es war zu spät. Mein Haus stand in Ruinen. Meine Familie war verschwunden. Ich bin seitdem auf der Suche nach ihr. Und dann haben wir noch zwei Dinge, die an Tag 4 passiert sind. Unsere Nachbarin hatte Recht uns um Hilfe zu bitten. Wir werden ihr dabei helfen, ihr Haus sicher zu machen. Und dann gibt es noch den Eintrag. Ich bin weiter herum gekommen als meine Freunde und Verwandten. Ich habe Berühmtheiten getroffen und die Leser fanden meine Interviews lustig und prägnant. Aber wenn ich versuche, meine Erlebnisse niederzuschreiben, dann kann ich es nicht. Ich möchte meinen Verwandten finden und sie umarmen, statt über sie zu schreiben. Ich wünschte, ich hätte sie öfters gesehen. Tja, das ist dann wohl so ein Kriegsschicksal. So, er ist ausgeschlafen, dann kann sie ins Bett und er hält hier weiter die Position. Beziehungsweise, ja, wie sie will nicht schlafen. Ach, sie ist einfach nur zufrieden. Und er hier kann mal ein bisschen Schnaps brennen. Ja, dann glaube ich fast. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Es ist jetzt 15 Uhr Nachmittag. Gut, vielleicht warte ich noch, bis das Wasser hier durchgelaufen ist. Und ich setze dann nochmal einen neuen Filter ein. Da habe ich auch noch einen übrig. Ah, das ist eine spannende unserer Sachen. Unser Unterschlupf gewährt uns eine Atempause vor den Schrecken des Krieges. Wir haben nur einen Stuhl. Wir haben Betten und können unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls jemand krank oder verletzt wird, haben wir einen Ort zum Ausruhen. Wir haben keinen Rat über wissen nicht, was in der Stadt passiert. Wir sind froh, dass wir einige Bücher haben. Lesen hilft, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hierzu bleiben ist besser, als in einer völligen Ruine zu wohnen. Uns fehlt es an Kaffee und Zigaretten. Wir haben Löcher in den Wänden. Unser Unterschlupf ist nicht sicher. Wir müssen immer auf der Hut sein. Ja, das heißt, das ist ein anstehender Task, dass ich irgendwann meine Bleibe so weiterentwickele, dass ich die Löcher in den Wänden zumachen kann. Dann kann sie schon mal in Richtung Wasserfilter gehen. Und wenn der dann ausgetauscht ist, können wir den Tag beenden. Und dann gehe ich jetzt aber in die Kirche und tausche die ganzen Sachen, die wir hergestellt haben. Oder lohnt es sich hier zu warten, bis der Schnaps... Ja, das lohnt sich zu warten. Weil wenn der Schnaps fertig wird, bevor der Tag zu Ende ist, dann haben wir einfach noch mehr Tauschmaterial. Bruno steht da auch schon neben dran und kann den dann rausholen. Ah, und er raucht eine Zigarette. Cool Animation. Ja, wenigstens ist er warm, sagt er. Das ist quasi so ein Hinweis darauf, dass es doch immer kälter wird. So, jetzt haben wir den Schnaps hier noch rausgenommen und dann können wir den Tag beenden. Und wir schicken Katja plündern. Bruno darf schlafen. Und Pavlo steht wacher. Und wir gehen zur Kirche der Heiligen Maria. So, nehmen wir die Diamanten mit, nehmen den Schnaps mit. Und nehmen zwei Bücher mit. Und wenn ich jetzt aber nicht tauschen kann, dann habe ich ziemlich gelitten. Also nehme ich ein bisschen weniger mit. So, da vorne ist der Pfarrer. Oh, das sieht nicht gut aus. Willkommen, wir sind vor kurzem ausgeraubt worden. Und es ist nicht viel übrig. Scheiben wir nicht. Dann würde ich sagen, verstecke ich mal meine Schnapsdinger hier in diesem Schutthaufen. und hoffe, dass dann da keiner auftaucht, dass die nächstes Mal einfach noch da sind. Ja, dann gibt's wohl Holz und Teile zum Abendessen. Ja, dann gibt's wohl Holz und Teile zum Abendessen. Da wohnen irgendwelche Leute. Da wohnen irgendwelche Leute. Die lasse ich jetzt mal in Ruhe. Das ist nichts. Und geh mal da drüben in das Haus rein. Da treibt sich zwar meistens ein Genovo rum, der aber bis jetzt immer harmlos war, wenn ich ihn getroffen habe. Du Opfer und Schmutz hier. Gehen wir mal da runter. Achso, jetzt habe ich hier gar nicht so viel, was ich noch mitnehmen könnte. Dann gucken wir doch mal, dass wir aus dem Weg räumen können für nächstes Mal. Und lassen sie mal ein bisschen graben. Ja, jetzt könnte sie eine Schaufel gebrauchen, das verstehe ich auch gut. Würde ich ihr auch gerne geben. So, jetzt ist der halbe Haufen schon fast abgetragen. Und wir haben schon nach Mitternacht. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, das lohnt sich wenigstens. Ein Dreiviertelhaufen. Mann, Mann, Mann. Also, hier lohnt es sich wieder zu kommen, einmal zu feilschen und dann lohnt es sich wieder zu kommen mit einem Schaufel. Ich glaube, da drüben waren noch mehr Haufen. Haufen. Und die will ich beileibe noch ohne Haufen abtragen. Aber gut, hier war noch ein bisschen Kaffee. Ja, da müsste ich jetzt mit der Hand ran. Jetzt begegne ich wahrscheinlich gleich. Nur keine Angst. Ich sehe mich nur um, sagt er, obwohl er eine Pistole in der Hand hat. So, Katja ist zurück. Aber Klabautermann macht jetzt eine Pause. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet. Wenn ihr es richtig gut fandet, teilt das Video mit Bekannten und Freunden. Ansonsten sehen wir gleich noch, ob wir überfallen wurden. Aber was dann passiert ist tatsächlich, wir wurden ausgeplündert. Das sehen wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt This War of Mine, The Little Ones. Schöne Grüße. Alles Gute. Macht's gut. Der Klabautermann.